Die Warnlampen sind schon an und es ist die Frage, an was wird da gebaut? Naja, hier im Hintergrund mit Sicherheit am Verkehrssystem in Tokio. Aber die Frage ist, was ist an den Märkten aktuell los? Nachdem wir ja in der letzten Woche doch durch den Schocker gesehen haben, ging es ja erstmal hoch für den DAX. Das war gar nicht so schlecht. Die Nachricht war nicht die übelste, beziehungsweise die Nachricht ist gut. Die Reaktion darauf ist nicht die übelste. Es ging ja immerhin nochmal hoch vom Wochenende. Aber wenn man sich die aktuelle Bewegung so ein wenig anschaut, was wir da zum Schluss gesehen haben, dann sehen wir doch deutlich, dass das sehr, sehr unüberzeugend ist. Das heißt, die Aufwärtsbewegung, die jetzt aktuell im Markt zu finden ist, die macht einen wirklich uninspirierenden Eindruck. Es sieht eher korrektiv aus. Und das wiederum ist ein Zeichen dafür. Erstens mal, dass die Bullen noch nicht wieder zurückgefunden haben, dass sie den Schock noch nicht völlig überwunden haben, sondern im Gegenteil, dass wir damit rechnen müssen, dass der nächste Abwärtsarm nochmal kommt. Und vorsichtig, natürlich ist das Triggern lassen ganz wichtig, nicht einfach im vorausseilenden Gehorsam hier schon short mit dabei sein. Aber vorsichtig, wenn wir hier das letzte Zwischentief reißen, dann ist auf einmal da sehr, sehr viel mehr Platz noch da. Ist das für heute zu erwarten? Schwierig zu sagen, denn der amerikanische Markt ist im Verhältnis zum Deutschen eher nicht ganz so schlecht. Das kann man natürlich auch mit den Zöllen in Verbindung bringen, die ja durchaus Deutschland treffen dürften. Und dementsprechend dann auf den amerikanischen Markt ja nicht negativ, sondern wenn überhaupt dann eher positiv vielleicht dann noch einwirken. Aber ob das wirklich der Burner ist für den Markt, das werden wir dann sehen. Auf jeden Fall für heute zumindest mal eine gewisse Chance, dass wir nochmal ein bisschen nach oben kommen mit dem amerikanischen Markt. Dann allerdings, wenn der auch in die Konsolidierung geht, dann wird sich der Weizen von der Spreu trennen. Ich kriege es schon kaum raus hier. Denn dann werden wir sehen, ob die Käufer wirklich noch da sind oder ob es dann nicht beschleunigt, sogar nach unten unterwegs ist. Nach unten unterwegs, wenn auch vielleicht nicht notwendigerweise beschleunigt. Im kleinen Bild vielleicht schon, aber im übergeordneten, naja, und da sieht es vielleicht noch gar nicht so schlimm aus, ist es beim Goldkurs aktuell, denn der ist eher schwach. Das ist aber gar nicht so schlecht. Rund 10, vielleicht noch 12 Dollar von jetzigem Niveau, vielleicht noch 15 noch, wenn es sein soll, nach unten. Das wären durchaus typische Niveaus für eine Korrektur. Und dann allerdings die Bewegung nach oben, denn der ganz übergeordnete Trend, der ist ja im Moment nochmal nach oben gerichtet. Und dementsprechend haben wir auf der bullischen Seite eher mehr die Chancen. Man muss nicht jetzt schon unbedingt kaufen, wenn der Markt nach unten geht, aber wenn der Markt die ersten Avancen nach oben wieder zeigt, dann möglicherweise schon. Also vorläufig vielleicht jetzt nochmal die bullische Seite nicht spielen, sondern die bärische abwarten. Vielleicht sogar da nochmal mitmachen, wenn der Kurs vielleicht heute Intraday nochmal ein entsprechendes Muster bringt. Euro gegen US-Dollar ist relativ eingeschlafen, gibt es gar nicht so arg viel zu erzählen, deshalb lassen wir den erstmal ein bisschen strampeln, mal gucken, was der dann hinbekommt, ob man daraus noch irgendwas basteln kann. Und für heute, denke ich mal, sollte man den Euro gegen US-Dollar, wenn dann, auf einer sehr kleinen Zeitebene fahren. Denn auf Viertelstunden, Stunde oder alles, was da drüber ist, sind wir einfach in einer Situation, die noch nicht geeignet ist, sich da festzulegen. Terminlich heute, Wochenempfangsgemäß, ja immer relativ mau. Und auch heute am Montag jetzt nicht wirklich was auf dem Plan. Dementsprechend müssen die Impulse schon vom Markt her kommen oder von irgendwelchen Tweets, die überraschenderweise mal reingestellt werden, wollen wir mal hoffen, dass sie dann auf der richtigen Seite sind. Und das wünschen wir uns natürlich auch in diesem Sinne. Für heute erstmal alles Gute, wir sehen uns morgen wieder, bis dann.